Hallo liebe IBA-Fans, wisst ihr noch letzten Herbst, als wir im Schoppiland unsere Bauverkauft haben für Archevon? Wir sind hier im schönen Schwarzsee. Jetzt schauen wir mal, was dank eurer Unterstützung hier möglich war. Und ja, schauen wir mal rein. Der Archevon unterstützt Familien, die ein krebskrankes Kind haben. Er zahlt vor allem in jeder Familie während der ganzen Therapie eine Woche Ferien am Schwarzsee. Die Therapie geht zum Teil sehr lange, die Kinder haben und die Familien können in diesen Zeiten eigentlich nicht wirklich in die Ferien, weil sie regelmässige Blutkontrollen haben, regelmässige Spitalverhalten. Und wir lassen sie eigentlich in dieser Zeit hier hoch. Wir haben betreut, so eine Woche Ferien zu geniessen und ein wenig Abstand vom Spital haben. Und vor allem als Familie zusammen zu sein, dass sie sonst relativ viel auseinandergerissen sind während dieser Therapiezeit. Wir können beten, wir können essen, wir haben es schön hier, wir haben Ausflug gemacht. Gestern sind wir auf der Halb, wir gehen zu Feier essen. Ja, dass wir eben zusammen sein können, dass wir miteinander abschalten können und mit der Tochter, also wegen ihrer sind wir hier, dass wir mit ihr das zusammen geniessen können und den Kopf einfach frei lassen. Also ich bin ernst froh, dass es diese Ferienwoche gibt, weil man weiss, Betreuung ist hier. Es ist alles vor Ort und da kann man einfach abschalten, also ich vor allem. Ja. 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 Es bedeutet mir sehr viel, ich denke, für mich ist es etwas Kleines, dass ich hierher kommen darf. Es freut mich natürlich auch, dass ich ihnen etwas zurückgeben darf, sozusagen mit meiner Abseits, mit einem Foto oder einer Unterschrift. Ich denke, es ist auch immer wieder wichtig, dass man füreinander hier ist. Es heisst, es hat nicht alle so Glück wie wir. Von daher ist es umso wichtiger, dass man aufeinander schaut und dass man an den Familien Kraft gibt. Ich finde das etwas ganz, ganz Gutes. Und zwar ist es so gut geführt, es wird kontrolliert. Wir gehen jetzt auch mal hierher und schauen, wie die Kinder und die Eltern hier eine Woche Ferien machen können. Und ich finde, wenn wir so, von IB aus, so etwas machen, müssen wir das unbedingt weitermachen. Weil das ist für IB nicht nur für IB genüht, sondern auch für die ganze Allgemeine IQ. Liebe IB-Fans, danke für eure Unterstützung bei Archefond, für die krebskranken Kinder und ihre Familien. Alle Infos zur weiteren Spendeaktion findet ihr auf unserer Homepage. Macht wieder so und unterstützt den Archefond.